willkommen zurück bei father and son play for fun jetzt der zweite tal am dienstag bei den ersten teil gesehen hat da wurde ich etwas von der mücke abgelenkt ich habe sie aber nicht gefunden und ich denke sie findet mich nachher noch so er ist immer noch nicht hier fertig was machen wir dann weil wir haben ja noch gefühlt nichts geschafft wie ihr seht können erst mal hier das solche reinhauen so erste nummer fertig dann ich denke das werden wir ja noch schaffen wenn wir da genug platz haben gegenstelle mit den schwarzen werden wir auch noch finden und dann werden wir jetzt erst mal eine ladung weg fahren auf zur schwarz brennerei das war falsch richtig schön kohle verschenkt so hier ist nichts aber wir könnten jetzt ja mal eben immer denn da münzen haben wir für die wochenaufgabe vielleicht ist ja die passende dabei können wir da gleich was suchen und da das klingt doch gut wo ist nicht auch halleluja dann ist auch das so erstmal fix ein bisschen geld verdienen tja dann verkaufen was an den typen hier ist jetzt ja nicht so pralle aber wir sind über 200 dollar und damit reicht es ja für heute meine güte mache ich immer so wo geht es hin so wir müssen unter fünf minuten bleiben also geben wir mal vollgas ich glaube das ist ja noch besser gelaufen So, da haben wir ja Glück gehabt. Dann können wir jetzt ja direkt, wenn ich es wieder, wenn ich es schaffe und es nicht plattfahre, zwei Dinge auf einmal erledigen. 200 Tacken verdienen und unter 5 Minuten bleiben. Da können wir gleich noch was ausbuddeln, wie ihr seht. Oh, ein bisschen sehr zügig hier. So. Unter 5 Minuten und über 200 Tacken verdient. Hier noch was zum Ausbuddeln. Und dann holen wir uns gleich noch jene hier. Und dann geht's gut. Und dann geht's ein Schaden. meist hier glaube ich. Zwischen den Steinen. Da ist es. Ich zeige es noch mal eben. Genau da. Dann haben wir auch das erledigt. Dann düsen wir mal eben zu Madame. Ich glaube, da war irgendwie drei Klamotten verkaufen. Hier, drei Sammlerstücke verschnacken. Ist das taktisch klug. Drei Sachen müssen wir noch erledigen. Das heißt, wenn man das erledigt. Also, das machen wir nachher noch. Ja und hier die Versorgungsmission schaffen wir ja auch noch. Ja klar. Ich behaupte jetzt, das ist clever. Dann auf nach Valentine. Sieben Grad. Das ist, glaube ich, nicht kalt genug zum Frieren, ne? Guck mal, wir werden... Was mache ich denn hier heute? Wir werden es mal ausprobieren. Tütchen auch noch runter. Seitenpflanze muss ich nur sammeln, ne? Ich glaube, ich habe einen Satz irgendwas parat. Das sind dann mehr als drei Teile. Dann haben wir das mehr erledigt. So, da hören wir schon glimpern, ne? Dann wollen wir in die Richtung. Seht, da. Wo ist das denn? Ich dachte, das wäre hier. Hier ist es nicht. Oh, wo ist das denn denn? Keine Ahnung. Merkwürdig. Hier tickt's. Hier nicht mehr. Hier wieder. Was ist denn da irgendwo? Ich habe keine Ahnung, wo das hier ist. Aber hier war's doch nicht. Das will ich jetzt aber haben hier. Was ist denn da? Das muss doch hier irgendwo sein. Ach doch, hier in der Hütte? Okay, gut. Hätte man drauf kommen können, ne? Da ist es. So. Und jetzt noch jemand verschnacken. Und wir müssen auf jeden Fall, wir haben von irgendwas garantiert zu viele Vogelheier hier. Da. Hau weg. Ja, da müsste ich dann beim nächsten Mal, glaube ich, auch mal ein bisschen aufräumen hier. Aber habe ich nicht noch irgendwo Enten, Gänse oder sonst habe ich das übersehen? Da. Sehr gut. Ich brauche mehr für das ganze Set, duißt du? Einmal. Alles klar. So sieht das so gut aus. Oder? Die Adler-Eier. Tag-Reier. Enten. Sieht da auch. Ja, das passt schon. Oh, Macker-Münze. Haben wir ja vorhin verbraten. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Dann können wir jetzt ja die Versorgungsmission machen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was war das denn noch? Oh ja, und wie. Ah, begib dich zum Wagen. Ja, das brauchen wir nicht. Der kommt zu uns. Oh ja, das war's. so oder müssen wir nichts machen da müssen wir ja gott sei dank nur wagen zwei grad ich finde der könnte mal frieren da 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 So, der fährt nirgendwo mehr hin. Das gibt's doch nicht so. So. Da haben wir noch Zeit. Zeit läuft ja erst, wenn ich auf den Wagen steige, Gott sei Dank. So, dann ziehen wir den da auch mal runter. Den auch noch. Jetzt läuft die Zeit und Gott sei Dank ist ja nicht so weit. Na ja, da kommen die anderen Pfeifen, das ist aber egal. Wir sind gleich so nah am Lager. Da seht ihr es, da verschwinden die von allein. Und schon sind wir da. Ja dann, auf in die kalte Ecke. Der übliche Trick. Ah-ha. Dann müssen wir noch ein bisschen hier rumlaufen, bis er endlich friert. Noch ein paar Sachen einsammeln. Das lohnt ja mal heute. Aber im Frieren hat glaube ich nicht so. Minus 14 Grad. So. So. Minus 14 Grad. Mal kurz auf die Zeit. Ach, 20 Minuten. Können wir nochmal eben. Da wächst glaube ich auch. Seidenpflanze. Glaube ich. War doch so, ne? Genau, Seidenpflanzen sammeln. So, mal ein bisschen bewegen. Der futtert sonst so viel, ne? So, was wächst hier? Da haben wir sie doch schon. So. 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 sowieso gebrauchen, also da ist es schon erledigt. Für so viel Kohle, also für so viel Gold kann man das mal machen, finde ich. Da ist heute nix, also wo ich gerade hier bin. Oh, da ist ein Hund, habe ich auch schön überhört. Oh, hier. Wir haben aber schön, in die Falle gelockt. Und der verfolgt mich, der Hund. Oh, das ist mir neu. Ach, wenn ich die im Nacken habe, dann klappt das nicht. Geht's mal im Ernst? Ihr legt's ja drauf an, oder? Die macht er ernst. Also, das ist ihr ja selbst schuld, oder? Dann treten wir jetzt die Nahenwege an. Jetzt sind sie auch wieder 25 Minuten. Ja, das war der zweite Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.